heute schauen wir uns den repeater 3000 von avm an und versuchen die frage zu klären ob sich so ein kauf lohnt was ist denn der unterschied zu den bisherigen repeatern dies von avm so gibt die wichtigste neuerung ist die dritte funkeinheit steht auch hier vorne beworben und hinten steht es dann noch mal im detail auf der packung drauf optimale anbindung an router fritzbox durch eigenes 5 gigahertz band in der praxis heißt das dieser repeater verbindet sich mit einem eigenen funk modul zur bestehenden fritzbox das hat den vorteil dass auf diesem eigenen funk modul sich keine anderen wlan geräte tummeln und von da nicht die bandbreite heruntergesetzt wird das war ja immer quasi das problem bei einem klassischen repeater wenn ich den aufgestellt habe habe ich zwar eine höhere reichweite gehabt meines funk netzes das habe ich mir aber erkauft mit einbußen in der geschwindigkeit diesem problem versucht jetzt avm hier mit diesem eigenen 5 gigahertz funk modul zu begegnen was man aber auch wissen muss 5 gigahertz heißt auch dass die reichweite jetzt zwischen dem repeater und der box nicht besonders hoch ist im 2,4 gigahertz bereich kann man einfach eine weitere entfernung überbrücken mit geringerer bandbreite im 5 gigahertz band ist der effekt ein bisschen andersrum da hat man eine geringere reichweite aber wenn man empfangen hat halt eine hohe bandbreite konkret heißt das der repeater muss also nah an der fritzbox stehen damit er wirklich optimal arbeiten kann man kann ihn auch im wlan n oder im 2,4 gigahertz band verbinden dann spielt er aber seine vorteile nicht aus und lohnt sich eigentlich auch nicht ja wie schlägt sich das in der geschwindigkeit nieder ja ich kann hier natürlich in meiner wohnung keine laborbedingungen nachspielen schlicht und ergreifend weil ich auch nachbarn habe die wlan haben ich habe noch mal wlans hier selber auch am laufen und zusätzlich habe ich ja auch nicht die optimalste box ich habe die 6590 6591 wäre die neue für cable ja also von daher kann ich jetzt hier nicht optimale ergebnisse erzielen beim testen ich habe aber schon mal dazu ein separates video gemacht das blende ich euch jetzt in der infokarte ein ich habe einfach mal ein speedtest gemacht habe einfach mal die 4040 mit diesem hier verglichen und wenn man so in die vergangenheit schaut wie die geschwindigkeitsgewinne immer bei neuen repeatern waren dann waren das immer so ich sage jetzt mal bewusst quantensprünge denn ein quantum ist die kleinste einheit die man springen kann also ja das waren immer kleine sprünge die da weitergegangen sind bei den repeatern in dem fall ist es anders der geschwindigkeitsgewinn ist da deutlich also ich konnte mit einer verbindung über diesen repeater immer noch 300 mbit zu meiner fritzbox erreichen das habe ich vorher mit noch keinem anderen gerät geschafft das über wlan verbunden war das heißt das hat auf jeden fall seine pluspunkte wenn man den genau so einsetzen kann wenn man den nah an der fritzbox positionieren kann und damit dieses funkmodul diese vorteile des funkmodul entsprechend ausspielen kann auch da ist ganz klar der pluspunkt die geschwindigkeit die der erreicht was auch schön ist auch ein kleiner unterschied zu bisherigen repeatern er hat hier hinten zwei ethernet lan buxen ja leider nur zwei kann ich mittlerweile echt nicht mehr nachvollziehen also zumindest meine realität sieht so aus dass ich viele viele geräte gerne am lan hätte und die zwei buchsen eigentlich schon wieder zu wenig sind gut ich kann natürlich einen switch dranhängen aber wäre schön wenn er wenigstens mal vier gehabt hätte der ist jetzt ja auch nicht so günstig das hätte man also durchaus noch vielleicht spendieren können wenn man den zum beispiel neben dem fernseher hat kann man den dann direkt über ethernet anschließen das ist auch zu empfehlen weil umso wenige geräte sich im wlan tummeln umso besser haben dann die anderen geräte die möglichkeit an durchsatz zu kommen ein weiterer vorteil ist auch steht natürlich auch fährt hier auf der packung drauf wlan mesh wer also schon eine fritzbox hat der sollte bei avm bleiben schlicht und ergreifend weil er dann dieses mesh feature nutzen kann das ist jetzt nicht exklusiv dem 3000 vorbehalten das können natürlich auch andere avm repeater aber ja wenn man halt einen repeater kauft dann bleibt man am besten bei avm und nutzt diese mesh funktion bei mir kann ich den optimal nutzen meine wlan ausbreitung reicht halt nicht durch die ganze wohnung so ganz knapp nur also da reicht es wenn ich eine wand weiter diesen repeater stelle mit fünf gigahertz verbinde und diese hohe geschwindigkeit bekommen ein pluspunkt wie immer bei avm oder fritz produkten ist natürlich die einfache bedienung wenn man schon sowieso ein produkt hat reicht es wenn man hier so ein paar knöpfchen drückt und dann sind die schon verbunden und entsprechend auch im mesh auch dazu habe ich schon mal ein video gemacht das blende ich euch wieder in der infokarte ein also nochmal zusammengefasst meine kritikpunkte sind dass er nur zwei lan ausgänge hat immerhin hat er zwei naja kann man ja bei einem repeater wahrscheinlich schon froh sein dass die backbone leitung zwar im 5 gigahertz band funktioniert aber leider nicht im 2,4 gigahertz band also die reichweite eingeschränkt ist pluspunkte wiederum sind natürlich die geschwindigkeit die dann mit dieser optimalen konfiguration erreicht werden kann eine einfache bedienung wie immer und das avm mesh unterstützt wird für wen lohnt sich jetzt der repeater ja genau also wenn ihr dieses setup habt wie ich es gerade beschrieben habt wenn ihr die möglichkeit habt den nah an eure fritzbox zu stellen und den dann eben in diesem 5 gigahertz modul zu verbinden dann lohnt sich der müsst ihr sowieso den verbinden in einem 2,4 gigahertz band dann lohnt sich der eigentlich nicht dann kann der seine vorteile nicht ausspielen da gibt es dann entsprechend andere geräte von avm